Er ist aus dem Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. TO ist wieder online und ich versuche hier wahrscheinlich jetzt seit 20 Minuten eine angenehme Schlacht zu finden, in der man nicht aufs Maul bekommt. Also seit dem Restart hat sich nichts geändert. So, wollen wir mal anfangen. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Seit dem letzten Video wieder ein Monat vergangen. Ich war ja Anfang des Monats im Urlaub und ich bin gesund wiedergekommen und dann wurde ich krank. Er hat sich recht lange hingezogen. Ich glaube zwei Wochen, bis ich wieder fast gesund war. Und jetzt schlägt es wieder um. Ist ein bisschen nervig, aber gut, okay. Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Und dann wollte ich aufnehmen und dann sehe ich, ja, TO ist offline. Blöd. Ja, aber schön, dass es jetzt wieder online ist. Können wir also machen. Und ich wusste nicht, was ich sonst aufnehmen soll. Ich habe es versucht mit Minecraft, aber da habe ich auch keine Ahnung gehabt, was kann man denn jetzt hier aufnehmen. Deswegen, ja, tut mir leid, dass da jetzt sicher seit einem Monat kein Lebenszeichen mehr kam. Aber gut, okay. Der Urlaub an sich, für die, die es nicht wissen, Disneyland für ein paar Tage. Und das war sehr entspannt, sehr entspannt. Ja, das zweite Mal ist da gewesen. Der Hinflug war auch sehr angenehm. Also da hat sich keiner auf die Start- und Landebahn festgeklebt. Auch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Heutzutage alles möglich. Ja, also war sehr, war sehr, war sehr nett alles soweit. Der, die Reise dahin, so kann man es mal formulieren. Am Hotel angekommen, das war ein Disney-Hotel, die Sicherheitsmaßnahmen da, gefühlt wie am Flughafen. Dein Koffer musst du auch nochmal durch den Scanner. Du bist auch nochmal durch den Scanner. Und wenn du ins Disneyland selber willst, musst du auch nochmal immer durch den Scanner gehen. Ja, und scheinbar wird auch dein Zimmer kontrolliert oder irgendwie reingeguckt. Jedenfalls an einem Abend klopft es dann der Tür und dann geht die Tür auch gleich auf. Und da guckt halt auf einmal halt eine Person in dein Zimmer. Ja, okay. Sagen wir es mal so, Disney ist sehr um die Sicherheit seiner Gäste bemüht. Nicht nur im Park, auch auf dem Zimmer. Unglaublich. Gut, also sowas hatte ich auch noch nicht. Ich fand es ein bisschen, ich muss sagen, das ist ein bisschen too much. Also auf dem Zimmer hätte ich dann doch schon gerne meine Ruhe. Und nicht, dass dann am Abend vor allem. Wir reden hier von, weiß ich nicht, 20, 21 Uhr vielleicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber jedenfalls, es war schon am Abend. Da habe ich es jetzt nicht unbedingt so gerne, wenn da jemand einfach mal ins, ach come on, wenn da jemand ins Zimmer kurz so reinguckt. Also, ne? Na gut. Okay, aber an sich, also das Wetter war so lala, es war ziemlich kalt und bewölkt. Ich weiß nicht, ich glaube es gab nicht einen Tag, wo so richtig mal die Sonne durchkam. Es war schon, war schon richtig, richtiges Herbstwetter. Aber gut, okay, also ich meine mal, was erwartet man, ne? Ist das November? Aber ja, es war an sich ganz cool. Also auch neue Sachen tatsächlich gesehen. Ich glaube, die waren beim ersten Mal, als ich im Sommer da war, gesperrt. Oder wurden halt umgebaut. Ich habe die Star Wars Rides gemacht. Mega cool. Diese Achterbahn, die Hyperspace Mountain. Sehr, 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 sehr cooles Ding. Sehr, sehr coole Achterbahn. Also, das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt mal Achterbahn so gefahren bin. Und das war ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Man hat zwar nicht viel gesehen, weil das halt so indoor war. Und das war eigentlich recht dunkel. Und du hast mehr so piu, 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 so Laserstrahlen und sowas gehört und gesehen. Aber ziemlich, ziemlich cool, ziemlich cool, sage ich euch. Ja, alles in allem. Ein sehr, sehr toller Urlaub. Aber es hat mir wieder gezeigt, man muss halt einiges an Geld mitnehmen, wenn man das so, ich sage mal, auskosten will. Ja, also nichts, was man unbedingt so zweimal im Jahr machen sollte. Weiß nicht, vielleicht einmal und dann hat sich die Sache für eine gewisse Zeit. Ja, gut, jetzt war es halt zweimal im Jahr. Aber jetzt, äh, jetzt hat sich die Sache auch erstmal, ne? So, genau, das dazu. Ja, also, war, war sehr, war sehr, war sehr schön, war sehr schön, sage ich euch. Also, auch, ich bin irgendwie so in den, in den letzten Monaten mehr so zum Disney-Fan mutiert, als, ähm, also, weiß nicht, es kam auf einmal, ne? Auf einmal, auf einmal sagt man sich so, ach ja, Disney ist doch eigentlich voll okay. Kann man, kann man mal machen. Ja, war irgendwie in den Jahren davor nicht so der Fall. Also, war halt einfach, ja, Disney ist halt okay, ne? So, aber jetzt irgendwie, ja, hat sich da was geändert. Ähm, genau, so viel dazu. Ja, ansonsten in der Zwischenzeit auch noch Geburtstag gewesen und, ähm, ich hab mir da selber mal ein Geschenk gemacht. Ähm, hab mir eine, eine Uhr geholt, die ich, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen auf dem Schirm hatte, bei der ich mir gesagt habe, die ja gefällt mir optisch sehr. Und, ähm, dann hab ich mir, hab ich mir mal, hab ich mir selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. So, kriegen wir den irgendwie? Äh, mal gucken. Aber den hier wenigstens, so. Können wir, können wir hier schön ein, immerhin, uns holen. Schade, gut. Aber was soll's. 9-12 ist in Ordnung, ist in Ordnung. Vielleicht gewinnen wir das Match hin noch, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, ich hab noch immer nicht angefangen mit dem, also, das, das Jahr ist ja schon mehr oder weniger vorbei. Also, wir haben noch, gut, fast einen Monat, aber, äh, so, so lange ist es ja auch nicht mehr. Und ich hab noch nicht angefangen mit diesem, mit meinem tollen, ähm, Video über die Untersätze und meine, meine, meine Platzierung, was auch die Overdrives angeht. Ja, ähm, äh, ich, ich krieg das bestimmt noch dieses Jahr hin. Wird ein Weihnachtsgeschenk, hoffentlich. Mal gucken, mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich, ob ich, ob ich dieses jetzt, äh, gerade abgegebene, mehr oder weniger Versprechen, Autsch, ähm, auch halten kann. Okay. Goodie. 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 Den kriegen wir noch bestimmt. Wundervoll. Ja, oh, ansonsten, ähm, ich fand's, ich fand's ein bisschen, ein bisschen blöd, so, dass halt Theo offline war. Aber gut, ich weiß auch nicht genau, was jetzt der, der, der Grund war, ist, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber trotzdem natürlich, ähm, ziemlich blöd halt für, für so eine lange Zeit. Ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, wenn man da halt bei, es ist ja schon sehr, ähm, sehr wichtig, halt das Game online zu bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige schlaflose, schlaflose Nächte, ähm, entsprechend die Leute hinnehmen mussten. Ja. Ist halt, ja, was, was willst du machen, ne? So ist halt dann leider auch der Beruf in der IT, wenn halt irgendwas nicht funktioniert oder so. Ähm, ja. Dann passiert das halt, ne? Irgendwann war also, was, was ich ja jetzt auch so, was, was Upgrades anging, die Migration von Daten teilweise halt dann in der Nacht. Und, ähm, ja, es war auch, war auch nicht gerade so, so schön, wenn du so ein großes Update dann machst. Und, ähm, du musst das noch so aktiv begleiten und das zieht sich dann halt über die Nacht. Und dann passiert doch irgendwas am Morgen und du hast halt schon, äh, eine heftige Nacht hinter dich gebracht. Und irgendwas Kritisches läuft auf einmal nicht, ne? Oder, ähm, dann, dann bist du da halt übermüdet und musst halt irgendwie, ja, das Ganze fixen oder dich halt eben entsprechend diesem Problem annehmen. Ähm, ist, ja, ist halt nervig. Ist halt wirklich nervig. Da denkst du dir so, boah, ei, ei, ei. Ja, aber gut. Ich meine, es ist schön, dass es halt jetzt mittlerweile wieder online ist. Äh, finde ich super. Äh, mich würde es halt interessieren. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie Infos oder so? Aber mich persönlich würde es halt interessieren, was der genaue Grund war. Ob da einfach irgendwas zerschossen wurde, was dann halt einfach nicht, ähm, zurückgespielt werden konnte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles möglich, alles möglich. Ähm, also ich mach mal, ich hab ja, also, das war, als ich, als ich damals Praktikant war, ne? Ähm, da, ich weiß nicht, was ich da genau zerschossen habe. Also, ich weiß schon, was ich zerschossen habe, aber ich weiß nur nicht, wie ich das angestellt habe. Ähm, da hab ich halt den, ähm, den, äh, Zugriff zu nem Server halt lahmgelegt. Also, der war dann halt nicht mehr möglich. Ähm, ja. Irgendwie halt, weiß ich nicht, halt irgendwas, irgendwas verkackt, ne? Dann, äh, konnte halt keiner mehr auf den Server zugreifen. Und, ähm, ja. Ich glaube, das zu fixen hat halt, äh, wahrscheinlich mindestens einen halben Tag oder so in Anspruch genommen. Ähm, ja. Ja, es, manchmal, manchmal gibt's so Sachen, da sagt man sich so, upsie. Aber ja, gut, okay. Aus Fehlern lernt man, ne? Nicht wahr? So ist es doch. Gut. Ja, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Also, es tut mir leid, wenn ich hier irgendwie so monoton rede, aber ich, ich, ähm, ich kann hier nicht mit voller Elan, äh, sprechen. Ich glaub, dass, das, das würde für einige, für einige, ähm, nachpubertäre Stimmbrüche sorgen. Bei mir. Äh, muss auch, muss auch nicht sein, muss auch nicht sein. Aber ich hoffe, ihr genießt es trotzdem mal wieder hier ein Lebenszeichen von mir zu bekommen. Ähm, ich hab gemerkt, ich hab's auch vermisst. Also, ich hab in der Zwischenzeit ein Video auch gemacht. Also, das hat jetzt nichts mit der Uhr zu tun. Ähm, aber ich hab einfach gemerkt, mir, mir, mir hatte was gefehlt. Und da hab ich in der Zwischenzeit ein Video gemacht. Ähm, ich wollte dazu aber noch mehr machen, bevor ich halt, also ich wollte das als vollständige Serie halt hochladen. Und mit Serie meine ich halt einfach nur halt in Form von mehreren Videos, die aufbauend sind. Aufeinander, ne? Ähm, so dass man halt gleich, sag ich mal, die gesamte Playlist hat. Und zwar zum Thema Webentwicklung. Das wollte ich mal neu machen. Meine Playlist, die ich damals fand, oder halt die Videos, die ich damals 2018 gemacht habe, weil die wollte ich jetzt neu machen und halt ein bisschen anders strukturieren und so weiter und so fort. Und da hab ich, ähm, schon mal eins gemacht. Und hab halt gemerkt, so, dass, das, das hat mir halt gefehlt, so irgendwas aufzunehmen. Ja, also, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Da, darüber, da, da kann man sich dann auch mal drauf freuen, wenn das dann online ist. Ob es noch dieses Jahr was wird, keine Ahnung. Oder ob ich dann halt so gesehen für, fürs nächste Jahr das Ganze dann halt plane, ähm, dann hochzuladen. Ich weiß es nicht. Ich, äh, hab da aber noch sehr, sehr viele Videos vor mir, die ich, äh, zu dem Thema produzieren muss. Damit, damit ich mal da eine vollständige Playlist habe für Leute, die das interessiert. Aber es gibt ja auch einige von euch, die eben dieses, dieses Thema sich gerne mal, ähm, ich wollte schon sagen, antun wollen würden. Das ist ein bisschen falsch formuliert, ne, aber die sich dafür interessieren und, ähm, genau. Für die wollte ich halt so ein bisschen auch meine Learnings und meine Tipps und so weiter mitgeben und Erklärungen und, und, und. Also, ja. Aber das wird sich halt wirklich hinziehen, weil es ist einfach, es ist einfach viel, was man da zeigen muss. Und, ähm, genau. Das, ähm, machst du halt auch nicht einfach mal so an einem Abend. Kann man sicherlich schon machen, aber entsprechend würde das halt dann auch dauern mit diesem Abend, ja. Gut, das dazu. Ich denke mal, wir machen das hier nochmal bis zum Ende hier mit, ne, und, ähm, schauen mal, wie es wird. So. Ähm, ansonsten, ich hab, ähm, Mein, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Geburtstag zurück, fand ich, hab ich sehr okay verbracht. Ähm, ich hab da nie irgendwie was Großartiges geplant oder was auch immer. Das ist einfach so, lass es auf mich zukommen, ich lass es auf mich zukommen und, äh, ja. Dann ist der Tag auch irgendwann vorbei, aber, ja. Also, jetzt wird nichts hier Großartiges geplant oder gemacht oder sowas. War alles, alles im Rahmen. Genau, ja. Außer, dass man sich halt immer entsprechend ein neues Alter merken muss, ne. Das, äh, das einzig Nervige. Äh, weiß man immer nicht, ähm, wie alt ist man denn jetzt? Manchmal kommt die alte Zahl im Kopf durch und, ähm, da musst du dir sagen, so, ne, 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 da war doch noch was. Genau. Hab aber, ähm, richtig unschönen Brief bekommen, kurz vor meinem Geburtstag. Ähm, ich glaub, Tag davor oder so. Ist vielleicht mal, ähm, ähm, äh, ein Thema für ein anderes Video. Ähm, jedenfalls, als er ankam, ich hab mich so verarscht gefühlt. Ich dachte mir, was, was, was für ein Bullshit, ja. Aber gut, ähm, genau. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Video mal durchgehen. Ähm, ist jetzt auch nichts Gravierendes oder so, aber trotzdem, ich hab, hat mich, hat mich einfach abgefuckt. Ähm, ich mir so dachte, ist ja, ist ja klar, so, ne. Irgendwas muss ja immer sein, so. Irgendwas ist doch eh immer. Äh. Aber gut, das, ähm, das dann einfach mal in einem anderen Video mal besprochen. Und, ähm, ja. So. Okay, erobern wir mal nochmal diesen Punkt. Ob wir jetzt nochmal hier die Führung bekommen können? Ich glaube eher weniger. Aber hey, ich bin hier mit 900 Punkten erster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, hätte ich jetzt nicht von mir erwartet, dass ich hier so, so gut rausgehe hier aus dem Match. Also, auch von der KD her, ähm, mit 31,29. Ich hätte jetzt, ich hätte das jetzt nicht vermutet. Aber natürlich, klar, wie es halt eben so ist in T.O., du verlierst. Haha. Du kannst erster sein. Herzlichen Glückwunsch. Oder du gewinnst. Herzlichen Glückwunsch. Beides? Äh, 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 weniger, äh, weniger. Das geht natürlich nicht. Ja. T.O. ist online und gleich mal die erste Niederlage eingefahren. Ähm, was anderes habe ich mir eigentlich auch nicht erhofft. So. Habe ich aber trotzdem irgendeine Quest oder so fertig gemacht? Eine Aufgabe, die jetzt hier erledigt wurde durch irgendwas? Ist noch ein bisschen langsam hier. Wohl auf den Beinen. Aber gut, kann man verkraften. Ähm, ich würde mich jetzt einfach an dieser Stelle auch schon mal verabschieden. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, wir sehen uns wahrscheinlich noch in diesem Jahr zu einem weiteren Video. Äh, außer es kommt jetzt wieder irgendwas dazwischen oder so, ne? Dann, äh, verspreche ich nichts. Aber, wenn alles glatt laufen sollte, dann, äh, werden wir uns sicherlich demnächst hier wiedersehen. Genau. Ich versuche weiterhin, ähm, regelmäßig Videos für euch rauszuhauen. Wie gesagt, sorry, dass es jetzt halt einen Monat lang nicht geklappt hat. Äh, es kommen wieder gute Zeiten. Hoffentlich. Guti. Also, in dem Sinne, macht das gut und bessere Union, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Oder, wunderschönen Abend. Haut rein.